Tafel erinnert an berühmtesten Bürger. Der Thunhausener Ortsteil Schönheide erinnert an den Naturforscher, Maler und Grafiker Anton Göring, der hier 1836 geboren wurde. Auf einer Gedenkveranstaltung am 21. August wurde am Geburtshaus Görings am Haus Schönheide Nummer 19 eine Tafel enthüllt. Mehr über Göring ist ab 1. September im Museum auf Burgpasterstein zu sehen. Dort widmet sich die nächste Sonderausstellung dem Wirken Anton Görings, der mehrmals auf Humboldts Pfaden in Südamerika unterwegs gewesen war.